Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben, mein Name ist G. aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto-Tainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. Ja, die heutige Folge ist nicht die technische Analyse des Marktes, sondern, worum geht es? Um Stablecoins. Ihr wisst ja, der aktuelle Markt sieht nicht rosig aus, alles geht nach unten, teilweise 10, 20% oder sogar noch mehr. Und ja, ich bin auch mit einer relativ großen Portion Stablecoins unterwegs und ich denke, für alle, die jetzt nicht mal komplett sich in das Risiko hineinbewegen wollen, was definitiv besser ist, ist natürlich aktuell mit Stablecoins zu fahren. Bis sich natürlich der gesamte Markt etwas stabilisiert. Dazu habe ich ja ein anderes Video gemacht, werde ich euch unten verlinken, meine Einschätzung zu diesem Jahr. Und was Stablecoins angeht, das habe ich auch in den letzten Tagen durch Unterhaltung mit Kunden oder auch Bekannten das Gefühl bekommen, beziehungsweise den Eindruck bekommen, dass sehr viele Leute noch nicht wissen, dass die auch Offchain gibt. Das heißt, auch wenn man überhaupt nichts mit Krypto zu tun hat, nicht auf der Blockchain unterwegs ist, nicht weiß, wie man ein Wallet installiert und so weiter und die Sicherheitsmaßnahmen und so, alles nichts damit zu tun hat, kann man trotzdem mit Stablecoins sehr gut Farming betreiben. Und darum geht es in der heutigen Folge. Und zwar Stablecoin Farming, ohne mit Krypto zu tun zu haben. Und ich denke, das kann tatsächlich sehr, sehr viele Leute ansprechen, weil einfach, sag ich mal, ja, 90, 95% der Bevölkerung eben noch nie was mit Wallets gemacht haben und mit Self-Custody und so weiter. Und in dem Fall mit CeFi und Stablecoin kann man praktisch an der Stelle, sag ich mal, ohne die technischen Gefahren und Risiken auch gut Geld verdienen. Wie das Ganze geht, gucken wir uns mal an. Also, erst mal, zur Grundlage, was sind Stablecoins? Ja, das soll ich mal wissen, Stablecoins werden normalerweise einfach, sag ich mal, ja, digitale Geld oder Währung genannt, die normalerweise auf der Blockchain abgebildet sind, in Form von Krypto. Und es ist also eine 1 zu 1 Repräsentation. Das kann man sich so vorstellen, wie, ihr legt euer Euro in die Bank, ja, und wenn ihr online auf die Bankseite geht, wird halt in eurem Bankkonto 1 Euro angezeigt. Ja, dieses 1 Euro ist in dem Fall natürlich nur auf dem Server der Bank, ja, das heißt, wenn natürlich der Bankserver abschmiert, könnt ihr da nichts mehr sehen, ne. So, und wenn man jetzt, sag ich mal, auf den Blockchain überträgt, ja, Blockchain ist natürlich praktisch wie ein Server, der auf der ganzen Welt verteilt ist, ja. Das heißt, ne, der ist normalerweise immer da und schmiert nicht ab, ja, und euer Dollar, ne, oder, sag ich mal, Euro, den ihr an der Stelle an die Bank gebt, gebt ihr halt diese 1 Euro oder 1 Dollar an diese, ne, Cefi-Institution, Stablecoin, die für euch diese Stablecoin auch bewahrt, ja, nicht Stablecoin, aber euer Euro auch bewahrt, und dafür, ne, drucken die, in Anführungsstrich, einen Stablecoin heraus, Minden nennt man das, auf der Blockchain, ja, als praktisch eine Repräsentation von eurem Geld, was ihr bei denen hinterlegt habt. Und mit dieser Repräsentation, ja, also nicht das echte Geld, kann man halt, ne, hin und her schieben auf der Blockchain, wenn man selbst da unterwegs ist, und wenn man nicht auf der Blockchain unterwegs ist, sondern nur bei den Anbietern selbst, kann man da eben damit Zinsen sammeln, ja. Das ist also ein Stablecoin, praktisch, ne, eine digitale Darstellung eures echten Geldes. Es wird herausgegeben, in dem Fall, es gibt auch andere, ja, aber das ist nicht Inhalt dieser Folge, die, über die ich hier spreche, sind praktisch alle herausgegeben durch zentralisierte Instanzen, die größten sind natürlich Tether, ja, das sind alles, ne, drüben auf der anderen Seite des Meeres, und natürlich Circle für USDC, also Tether, Tether ist für USDT, und USDC ist der zweitgrößte. Und dann gibt es noch DAI, DAI ist ursprünglich tatsächlich eine On-Chain, also Argo Stablecoin, ja, der nicht durch hinterlegten Dollar, aber an der Stelle eben durch massiv hinterlegten Ethereum, gebackt ist, ja, Ethereum und noch ein paar anderen Coins. Und deswegen hat, ne, weil es so uralt und so stabil, ne, und träge ist, bieten auch einige CIFI, also zentralisierte Finanzinstitute, dieses DAI als Möglichkeit an Zinsen zu sammeln, ja. Und diese Stablecoins kann man fast auf alle Exchanges, ob das Coinbase, Binance, KuCoin und sonst was, ne, außer natürlich diese zentralisierten Instanzen, kann man dort überall wechseln, ja, entweder gegen andere Währungen, gegen andere Kryptos oder auch zurück, ja, ins echten Euro oder echten Dollar. Und diese Absicherung, ja, ich habe hier extra geschrieben, in Anführungsstrich 100% Einlagen, ist natürlich so, ich will da nicht zu tief einsteigen, es gibt, ne, immer so eine regelmäßige Audits, ja, bei diesen großen Unternehmen, ob das Geld, ja, was die, sag ich mal, an der Stelle auf die Blockchain in digitale Art und Weise gebracht haben, auch wirklich hinterlegt sind, ja, also praktisch eins zu eins abgesichert ist. Und da gibt es so ein paar Ecken, ja, wo man, sag ich mal, immer in Form von Beschwerden oder auch online Artikelveröffentlichungen und Angst- und Panikmacherei ein bisschen, ne, die kritisiert, vor allem bei Tether. Ja, bei Circle ist es besser und, aber meine Meinung, ich habe auch früher schon dazu gesagt, gehe ich nicht davon aus, dass es crashen wird, weil, ne, die, die zig Milliarden oder hunderte Milliarden mittlerweile fast in der Richtung, die werden, ne, definitiv an ihrem Geschäft sich festklammern und es so lange wie möglich hinaus, ne, stabil treiben wollen und deswegen tendieren die auch eher dazu, ja, zumindest einen großen Teil in echten Cash zu halten bei einer Bank, ja, dass, äh, da nichts wirklich was passieren kann. Aber, wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig gebackt, sondern fast hundertprozentig, ja. Und es ist ein großer Markt, ja, dieser Stablecoin, denn seit ein paar Jahren, ne, da haben Leute natürlich entdeckt, auf der Blockchain kann man mit Stablecoins viel, viel besser handeln, ja, und zwar was Trading angeht, Exchanges und so weiter und so fort und der Stablecoin-Bedarf ist halt super groß. Deswegen ist man ja auch 2022, das habe ich auch ein Video gemacht, das ist meiner Meinung nach das Jahr des Stablecoins, ja, weil die Marktlage extrem ungünstig ist, ja, starke Schwankungen und natürlich Stablecoin extrem gefragt ist, ne, weil viele natürlich aus ihren Kryptos in Stablecoins flüchten, ja, und nicht komplett aus dem Blockchain raus wollen und auf der Blockchain bleiben wollen, ja. Und da braucht man halt Stablecoins, weil du kannst natürlich nicht den echten Euro oder echten US-Dollar, ne, einfach in die Blockchain reinschieben, das funktioniert so nicht, ja. So, das haben wir geklärt, Stablecoins, jetzt kann man, gucken wir uns mal die Vorteile und Nachteile an, ja, von Stablecoins gegenüber, sag ich mal, traditionellen Finanzen, ne. Wir haben natürlich, der alle, erster Punkt, ja, extrem hohe Rendite, ne, ne, dadurch, dass eben Stablecoin genutzt wird on-chain und dafür sehr viel Bedarf da ist, ne, sowohl als Darlehen als auch, ähm, zur Besicherung, ja, erzeugen die halt extrem hohe Rendite und man hat natürlich nicht diese riesige Apparatur wie bei der traditionellen Finanzindustrie, die damit finanziert werden muss, ja. Das heißt, die Rendite, die da entstehen, können diese Unternehmen, ne, die ich gleich davon erzähle, können die natürlich einen großen Teil davon an die Kunden abgeben, wenn die wollen, ja, aber die kassieren natürlich auch selbst eine gewisse Gebühr, ja, die als Gewinn. Und der zweite größte Vorteil ist natürlich, dass die nicht geografisch gebunden sind, ne, das heißt, wenn ihr, sag ich mal, selbst bei der Deutschen Bank, die natürlich eine der größten Banken ist, ja, euer Euro oder sonst was hinterlegt habt und ihr reist jetzt nach, äh, hinter Timbuktu, ja, und wollt auf euer Geld zugreifen, das könnt ihr halt nicht, ja, dann müsst ihr zu einer Bank gehen, die eine Verbindung natürlich zu der Deutschen Bank hat, die vielleicht eure EC, äh, noch nicht EC, aber, sag ich mal, Kreditkarte akzeptiert und so weiter, es heißt, ihr seid, man ist da schon eingeschränkt, ja, was der traditionellen Finanzindustrie angeht und da aber, ne, wenn Stablecoin ist, was auf der Blockchain wäre, ja, und, äh, sag ich mal, bei diesem Anbieter liegt, ist es natürlich so, sobald du Internetverbindung hast, egal wo du dich auf der Welt befindest, kannst du dich in den Account einloggen, kannst du, ne, kannst du, ne, dein, ne, dein Stablecoin, wieder zurück in Euro oder US-Dollar umwandeln, ja, und diese US-Dollar oder Euro, keine Ahnung, auf, auf eine Bank, eure Wahl, ob das jetzt dort lokal eine neue Bank ist, oder, ne, äh, irgendeine Filiale, kann man natürlich, da nicht mal besser, ja, das auskassieren, entsprechend der geografischen Lage. Und der dritte ist natürlich, ne, man braucht weder Schufa, noch Bonitätsabfrage, um mit Stablecoins zu handeln, oder einen Account, ne, bei dieser, für diese Renditen aufzumachen, man muss sich dann noch KYC machen, KYC heißt in English, know your customer, ja, das heißt, man muss sich identifizieren, gegenüber diesen Anbieter, mit Ausweis, ähm, Wohnung, also, Ausschrift und so weiter, und dann kann man damit schon loslegen, ja, das heißt, den interessiert es nicht, wie deine Bonität ist und so, denn es kommt einfach nur da drauf an, ne, dass du tatsächlich Geld hinterlegst, ja, bei denen, und womit die eben arbeiten werden. Der Nachteil ist natürlich, es ist nicht so streng reguliert, ja, wie Banken, das heißt, bei Banken, ihr kennt das ja, diese Einlagensicherungen, womit man, ne, bei Kontoeröffnungen alles unterschreiben muss, und so, die sind sehr stark geregelt, ja, was nicht bedeuten kann, dass sie 100% sicher ist, ne, hat man ja in der Geschichte auch oft genug gesehen, in den letzten Jahrzehnten, aber die sind immerhin, ja, das heißt, die vermitteln an der Stelle ein wesentlich besseres Gefühl, wo man, sag ich mal, nichts mit Krypto oder Blockchain zu tun hat, dass man sagt, hey, das ist eine rechte Bank, die ist durch den Staat extrem stark reguliert und gesichert, ja, im Gegensatz zu diese einzelnen Unternehmen, die natürlich private Unternehmen sind. Regulation ist natürlich ein großer Nachteil für die Stablecoins, denn, ne, wir wissen nicht, wohin die Reise geht, ja, manche sagen schon, ne, Stablecoin wird so stark reguliert werden, dass die kaum noch nutzbar sind, andere sagen, ne, Stablecoins werden die zukünftigen CBDCs sein, ja, oder sowas in der Art, ja, und, äh, diese Regulation ist natürlich auch problematisch in dem Sinne, weil diese Stablecoins, von denen wir heute reden, ja, die haben alle diese eingebauten Codes drin, oder zumindest USDC und USDT, dass praktisch die Leute, die Accounts, auch wenn die on-chain sind, einfrieren können, ja, das heißt, dann könnt ihr tatsächlich nicht mehr auf euer Geld zugreifen und auskassieren, wenn aus irgendeinem Grund, sag ich mal, plötzlich der Staat, ob das USA ist oder Deutschland, ja, diesen Unternehmen sagt, hey, ja, vom Kryptocafé, der Account, ne, das Geld da drin, das darf nicht mehr bewegt werden, dann können die natürlich an der Stelle euer Geld einfrieren. Und da, da wird es natürlich sehr schwierig, ja, dass ihr euch gegen, ne, gegen da, über diese Firmen, sag ich mal, begründet, ja, wenn nicht das Befehl von oben kommt, dass ihr sagt, hey, ne, das stimmt nicht und so weiter und so fort. Also ich will gar nicht wissen, wie kompliziert das ist. So, Schwankungen, klar, ne, auch wenn Stablecoins sind, die 100% gebackt, also mit Rücklagen, also echtem Geld, was zurückgelegt ist, haben die Schwankungen, ja, das ist zwar immer im Bereich, sag ich mal, 0,1% oder noch weniger, ja, aber das sind minimale Schwankungen, das heißt, wenn ihr, sag ich mal, 1 Million Dollar da liegen habt, ja, und, sag ich mal, dreimal am Tag auf euer Konto schaut, dann kann das schon sein, dass er mal bei 999.000 liegt, ja, und dann plötzlich auch mal bei 1 Million und 1 Dollar oder 2 Dollar, ne, in der Richtung sich bewegt, ja, das heißt, es sind schon Schwankungen da, das soll man nicht aus dem Auge lassen, vor allem, sag ich mal, wenn der gesamte Markt plötzlich aus irgendeinem Grund crasht, ja, oder richtig nach oben schießt, dann kann es auch größere Schwankungen geben, auch wenn es, sag ich mal, trotzdem unter 1%. So, Wechselkurs, das ist ein ganz großes Problem, denn, wenn ihr, sag ich mal, nicht in Euro, euer, ne, euer Geld anlegt, sondern erst in US-Dollar umtauschen wollt, oder müsst, habt ihr natürlich das Problem, dass beim Umtauschen, also von Euro in US-Dollar, ein gewisser Verlust entsteht, und später, wenn ihr auch wieder, ne, zurückkassieren wollt, oder auskassieren wollt, euer Geld, müsst ihr wieder zurück wechseln, und wenn der Kurs dann anders steht, ne, was der Dollar- und Euro-Wechselkurs ist, habt ihr auch da an der Stelle Risiko, dass ihr, sag ich mal, 3, 5, oder auch 10% Verluste macht, ja. Und, es ist natürlich, heute, zum aktuellen Zeitpunkt, nicht bei uns, in der realen Wirtschaft nutzbar, ja. Auch wenn, ich glaube, in den USA, oder in irgendwelchen Ländern, glaube ich, in den News stand schon, dass die mittlerweile anfangen, auch Stablecoins direkt zu akzeptieren, als Geschäften, ist es noch nicht so weit, ja. Ich gehe zumindest davon aus, dass in den nächsten Jahren, je nachdem, wie die Regulation aussieht, in den Ländern, ja, dass man vielleicht auch Stablecoins akzeptieren würde, ja. Aber bei uns, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es noch Jahre dauert, wenn es überhaupt so weit kommt, ja. Das heißt, da ist man tatsächlich darauf angewiesen, wenn man es benutzen möchte, das Geld, was man da liegen hat, dass man es erst wieder zurücktauscht, in echtes Geld, ja, in Anführungsstrich, auskassiert, aus den Konten, indem man es überweist, oder abzieht, oder auf Kreditkarte schickt, oder so, ja. Und erst dann kann man es nutzen. So, jetzt gucken wir uns mal an, die tatsächlichen Plattformen, ja, die es da an der Stelle gibt. Es gibt noch natürlich einige andere, zum Beispiel typischerweise auch auf den Exchanges selbst, ja. Ich habe hier zum Beispiel als Exchange nur Binance drinnen und KuCoin, aber zum Beispiel typischerweise auch FTX und Kraken und so weiter, die haben alle, ne. diese Möglichkeit, dass du dort eine geringe Rendite sammelst und diese geringe Rendite, die ist teilweise auch abhängig davon, wie du es machst, ja. Das ist zum Beispiel hier oben bei KuCoin auch der Fall. Ihr seht, die Rendite ist sehr gering, aber die ist nicht fix, ja. Was bedeutet das? Das heißt, die haben zum Beispiel hier ein P2P-Modell. Das heißt, ihr könnt ein Darlehensangebot, ne, einfach reinstellen, ja, jeder kann das machen, sondern ich sage, hey, ne, ich habe hier 50 Millionen, ja, ein USDT, das will ich verleihen für 15% pro Jahr. Stell ich rein, wenn Leute Interesse daran haben, können die das in Anspruch nehmen, ja, diese Darlehen und du kassierst dann natürlich an der Stelle 15%, ja, aber wenn niemand das nimmt, ne, kassierst du natürlich keine Zinsen und, ähm, das ist dieses P2P-Modell, das heißt, da braucht man in der Zwischeninstanz keine Bank, ja, sondern so eine Art Direkthandel, ja, zwischen Darlehensgeber, ihr seid dann sozusagen der Darlehensgeber und wenn, ne, Darlehennehmer da sind, die euer Geld wollen, zu diesen Konditionen, die ihr anbietet, kriegt ihr halt diese Zinsen. Das gibt es auch bei vielen anderen solchen Exchanges vor allem, ja, ähm, bei FTX typischerweise auch und, ähm, bei Binance zum Beispiel auch, aber die Rendite ist halt relativ mager, ja, weil der, dieser Bedarf ist halt momentan nicht so groß. Eine der Plattformen sticht von den anderen sehr hervor, das heißt, YouHodler, ja, ähm, welche wie immer unter jedem Video direkt setzen, könnt ihr euch drauf, ähm, angucken, und YouHodler bietet irgendwo zwischen 10 und 12 Prozent, ja, also sogar 12,3, äh, 12,3? Oder 12,5? Ich weiß nicht, ob ich mich verschrieben habe. Auf jeden Fall sehr hohe Rendite, ja, ihr seht, das ist durchweg zweistellig und sogar auch für Euro, ne, das heißt, da habt ihr sogar noch nicht mal, ähm, dieses Wechselkursrisiko, weil ihr einfach in Euro euer Geld anlegen könnt. Die einzige Besonderheit, die ich entdecken konnte, ne, weil ich bin da nicht unterwegs, ich habe mir einen Testaccount erstellt, um, nur um mich da ein bisschen drin umzugucken, das heißt, die zahlen in den wöchentlichen, ähm, Perioden, die Zinsen aus, ja, ihr könnt natürlich an der Stelle auch nochmal von der Zins, das Zinseffekt profitieren, ja, und, äh, dieses wöchentliche Zinssatz, das wird natürlich, ne, wenn ihr, sag ich mal, während der Woche euer zusätzliche Geld hineinsteckt, also, äh, vergrößert eure Position, bekommt ihr erst ab nächste Woche die Zinsen, ne, auf die Vergrößerung drauf. Und, ähm, das ist, mehr oder weniger die einzige Besonderheit, die ich da entdecken konnte, ähm, ob es da so einen Wahlschutz, ne, wie man es gleich bei den anderen sieht, gibt, konnte ich nicht entdecken, ihr könnt gerne darunter kommentieren, falls ihr euch mit der Plattform besser auskennt, dann kann ich vielleicht das nochmal ein Update dazu machen, weil, sie ist für, meiner Meinung nach, eine sehr interessante Plattform, die sitzt in der Schweiz, ja, in der Tat, und, ähm, ich konnte es auch auf Anhieb jetzt nicht entdecken, es ist natürlich eine kleinere Plattform, als, sag ich mal, Celsius, Nexo, oder BlockFi, aber die Rendite, die ist halt momentan sehr gut dafür, ja, und, äh, ich gehe auch persönlich davon aus, dass die Rendite mit der Zeit auch runtergehen würde, vermutlich irgendwo, knapp unter 10%, so wie es bei sehr vielen anderen der Fall ist, und, ja, und dann haben wir als dritte Position, z.B. Krypto.com und Nexo, ja, die sind ziemlich gleich auf, Celsius, können wir in Deutschland leider nicht nutzen, ja, weil die in Deutschland das nicht anbieten, und, aber, wenn man in anderen Ländern ist, der Welt, oder z.B. auch in den USA, oder so, da kann man das nutzen, die haben auch sehr gute Rendite, ne, zumindest laut, ähm, den, ähm, ja, Werbung oder Anzeigen, die ich gesehen habe, deswegen habe ich hier komplett rausgelassen, das Celsius, Krypto.com und Nexo sind sozusagen die nächsten, die sind knapp unter 10%, ja, bei 8% für die Stablecoins, USDT, USDC, und DAI, und, äh, die Besonderheit beim Krypto.com ist natürlich, man kommt nicht einfach auf die 8%, ja, man fängt in der Regel bei sehr niedrigen Prozentansatz an, und, ähm, man kann diese Prozent nach oben schrauben, indem man, in dem eigenen Account, deren Token, ja, diese Crow-Token, hält, ja, also, und zwar ab einer bestimmten Menge, bekommt man zusätzlich 1% oder 0,5% drauf, und das Höchste ist natürlich, wenn man extrem viele von den Token im Account hält, kann man auf 8% kommen, ja, das heißt, an der Stelle ist Krypto.com nochmal ein Stück schlechter, würde ich sagen, schneidet ab als Nexo, Nexo bietet auch durchweg 8%, ja, und auf Euro tatsächlich 4% flexibel, das heißt, ne, wenn ihr das nicht locken wollt, und jederzeit drauf zugreifen wollt, dann bekommt ihr 4%, wenn ihr sagt, hey, ich mache eine Festverzinsung, wie ein Sparbuch, ja, dann bekommt ihr 8% drauf, und ihr könnt natürlich diese 8%, die hier durchweg ist, nochmal nach oben schrauben, in dem man sagt, in dem ihr sagt, hey, das Geld, also die Zinsen, will ich nicht in Stablecoins ausgezahlt bekommen, sondern in deren eigenen Token, den Nexo Token, dann könnt ihr sogar über 10% kommen, und eine kleine interessante Nebensache ist, dass die an der Stelle 11% auf eurem UST anbieten, ja, UST ist natürlich von Terra, da habe ich eine extra Sendung zum Anker Protokoll vorgestellt, aber das eben auf Onchain, ja, und die sind hier an der Einzigen, an der Stelle die Einzigen, die auf UST 11% geben, was keinen der anderen gibt, finde ich auch sehr interessant. So, und als nächstes haben wir, ja, ich würde sagen, Binance und BlockFi etwa gleich auf, weil bei Binance, ne, seht ihr nur bei, kriegt ihr nur auf UST, USDT und BUSD, relativ gute Rendite, aber Binance stelle ich sehr weit hinten an, weil die haben eine sehr starke Limitierung, ja, das heißt, ihr bekommt nur so bis 200 oder 500 Dollar, diese hohe Rendite, also 10%, ja, was eigentlich sinnlos ist, und ab dort nach oben gehen die Zinsen stark runter, ja, bis in Richtung nur 2, 3%, ja, wo es sich überhaupt nicht mehr lohnt, meiner Meinung nach, und bei BlockFi ist es ähnlich, ja, aber erst bei 20.000, ja, das heißt, immerhin, ne, 20.000 ist schon eine gewisse Summe, und für 20.007% zu kassieren, durch, durchweg alle Stablecoins, ist eigentlich, meiner Meinung nach, nicht schlecht, ja, so, das war es auch schon, die ganzen Stablecoins, dass man ohne Blockchain, ohne überhaupt ein Wallet zu haben, ja, ohne sich mit Kryptos auszukennen, einfach diese Dinger farmen kann, ihr seht, ne, circa 10% kann man, kriegt man hin, ja, mit etwas, äh, ja, minimalen Anstrengungen, weil das KYC muss man einfach machen, ja, und, ne, Risiko, denkt dran, beachten, das sind Unternehmen, ja, einzelne Privatunternehmen, also nicht staatlich reguliert, so stark wie Banken, und natürlich auch, diese ganzen Risiken, die ich genannt habe, ist im Hintergrund, aber ich denke, in der aktuellen Zeit, kann man das überlegen, ja, das zu machen, sag ich mal, wenn man jetzt nicht in Richtung Indexfonds, oder Immobilienfonds, sowas machen will, und dann aber auch nicht gleichzeitig, einfach das Geld auf dem Bankkonto, ja, liegen lassen will, wo es durch Inflation einfach an Wert verliert, ja, da kann man mit diesen Plattformen immerhin, gleich mal einen Inflationsausgleich erwirtschaften. Das war's auch schon, von mir aus dem Crypto Café heute, eine kurze Vorstellung, der zentralisierten, ähm, Rendite, Sammelmöglichkeit für Stablecoin. Mein Name ist die Ciao, Ciao.